Klaus täuscht über Mohammed? Ich habe es überdacht. Was hat er denn überdacht? Also er hat das Video gesehen, Mohammed stirbt wie ein falscher Prophet. Ich habe es überdacht und festgestellt, dass du, Klaus, kräftig täuschen möchtest. Da der Koran bereits offenbart war, noch bevor Mohammed starb, kann es also nicht sein, dass Allah ihn ergriffen haben könnte, weil er angeblich etwas Falsches wiedergegeben haben soll. Also diese Logik erschließt sich mir überhaupt nicht. Das hätte Allah sofort getan. Warum? Es steht ja nicht im Koran geschrieben, wenn du etwas Falsches sagst oder etwas Falsches offenbarst oder was falsch wiedergibst, dann werde ich dich sofort töten, sondern dann werde ich dich töten. Das steht nicht sofort. Woher nimmst du das, dass Allah das sofort getan hätte? Du behauptest das. Aber zeig mir das mal in deinem Koran. Weißt du was? Ich habe festgestellt, lieber Abdullah, dass du, Abdullah, kräftig täuschen möchtest. Du behauptest Dinge, die nicht im Koran drinstehen. Und du behauptest die ohne Begründung. Mit einem Gift schon gar nicht. Ach so. Und dass Allah das mit Gift macht, dass Allah die Aorta mit Gift zerreißen lässt, das hat er schon gar nicht so gemacht. Ja, warum nicht? Warum denn? Wer bist du, dass du Allah vorschreibst, wie er einen falschen Propheten töten will? Ich meine, woher nimmst du dir das Recht, lieber Abdullah, zu sagen, wie Allah das machen soll? Es erscheint dir nur so, als ob es einen Zusammenhang geben könnte. Ist aber nicht der Fall. Guck mal. Der Zusammenhang, der erscheint nicht nur mir so. Beziehungsweise, liebe Leute, Frage. Frage in den Chat. Wenn ihr einen Zusammenhang seht, dann schreibt ja. Wenn ihr sagt, ich sehe keinen, dann schreibt nein. Im Koran steht, wenn du, oh Mohammed, etwas, also quasi eine falsche Prophetie sagst, oder ich weiß den genauen Ausdruck jetzt nicht, aber wenn du im Prinzip ein falscher Prophet bist, wenn du etwas dir nach deinem eigenen Ermessen ausdenkst oder sowas, dann werde ich dich bei der Rechten packen und werde deine Aorta zerreißen. Und dann, später, stirbt Mohammed und er sagt, oh, ich merke, meine Aorta zerreißt. Das sind, wie man auch im Deutschen das sagt, man kann so Aorta Herzader sagen, man kann Hauptader sagen, man kann Aorta sagen. Es gibt da viele Worte dafür, auch im Arabischen. Und da wird in dem einen das eine behauptet, in dem anderen das andere, aber beide, oder Wort benutzt. Aber es geht in beiden um die Aorta. Die Übersetzung von beiden Worten ist Aorta. Und überlegt mal, wie viele Menschen sind denn umgekommen, in denen ihnen die Aorta gerissen ist? Also wenn ich, ne, soll man mal nachgucken? Soll man mal nachgucken, Aorta riss, wie viele Menschen sind an Aorta riss gestorben? Vielleicht können wir das glatt mal hier nachgucken. Guck, das schauen wir jetzt mal direkt nach. Tod durch, äh, Entschuldigung, durch A-O-T-A-Riss. Oh, interessant. Es gibt also tatsächlich, er ist nicht der Einzige, kann, äh, es gibt hier Helios-Gesundheit mit, äh, Aorten-Ruptur. Wenn die Gefäßwand, also es gibt es tatsächlich, Aorta riss, gibt es tatsächlich als Todesursache, hätte ich jetzt nicht mal gedacht. Aber ganz offensichtlich gibt es. Ähm, ähm, Nee. Das wollen wir uns eigentlich nicht. Aber, na gut. Also es steht hier jetzt noch mehr dazu. Mhm. Es scheint öfters vorzukommen, wie oft steht hier nicht, äh, äh, Ursache können unterschiedlich sein. Ähm, wird oft mit, äh, äh, mit Herzinfarkt verwechselt. Aha, guck mal, hier steht was von der Häufigkeit. Die Häufigkeit von Aorten-Erkrankungen in den letzten 20 Jahren, also hier steht Aorten-Erkrankungen, das ist nicht Aorta riss, von 3 auf 10 bis 16 pro 100.000 Einwohner gestiegen. Okay, also das, das sind jetzt aber Aorten-Krankheiten, nicht Aorta riss. Das ist natürlich jetzt schlecht, dass wir da nicht, ähm, das genauer haben. Na gut, aber, selbst wenn wir mal nehmen, selbst wenn wir sagen 16, ne, selbst wenn wir sagen 16 pro, 100.000, das ist also eine nicht sehr häufige Todesursache. Ähm, mal gucken, ob hier noch, ob hier noch mehr, Tod durch Aorten-Erkrankungen ist, Häufigkeit. Jedes Jahr sterben in Deutschland 900 Menschen an einer Rissen-Erkrankungen, Aorten-Erkrankungen, Dunkelziffern liegt vermutlich deutlich höher, denn viele Betroffene schaffen es nicht richtig, in der Klinik laut aktueller Städte. 12 von 100.000 Menschen. Okay. Das finde ich jetzt echt interessant, dass es doch öfters mal vorkommt. Also 12 von 100.000 Menschen, ähm, sterben tatsächlich an einer Aortarist. Es ist also nicht die seltenste Todesursache der Welt, vermutlich. Wohl eine seltene, aber nicht die seltene. Interessant, wieder was gelernt. Jedenfalls eine seltene. Und das hat er nicht gemacht, schon durch Gift, schon gar nicht. Ähm, aber nochmal, wer sieht da einen Zusammenhang? Jetzt könnt ihr nochmal schreiben, wenn da einer sagt, hey, wenn Allah sagt, ich töte dich durch Aortaris, wenn du dir was selber ausdenkst, Aussprüche. Und dann sagt er, oh, ich merke, mein Aortarist. Was eine seltene Todesursache ist. Wer sieht einen Zusammenhang? Sagt, ja, schreib bitte ja, wenn ja, schreib bitte nein, wenn nein. Hier heißt es, ja, da wurde Mohammed im Koran aufgeklatscht. Das eindeutige Zeichen für einen falschen Propheten, wie von Mohammed zur Abwechslung mal korrekt prophezeit. Ja. Und gibt es noch mehr? Miguel sagt, ja. Was gibt es sonst noch? Jonas sagt auch ja. Also manche sehen einen Zusammenhang. Also nicht nur ich. Vielleicht frage ich mich, warum erscheint dir kein Zusammenhang? Was das Erscheinen betrifft, so kannst du das auch von deinem Jesus. Dieser erscheint dir, als ob er gekreuzigt wurde, aber du glaubst daran, dass es wirklich so war. Und? Ich meine, es ist nicht mir so erschienen, sondern es ist allen Augenzeugen so erschienen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder alle Menschen, die jemals darüber was gesagt hatten, haben recht, oder Mohammed hatte recht. Und alle Augenzeugen haben recht, nämlich nicht nur ich, sondern der Hauptmann, die eigene Mutter von Jesus, die Jünger von Jesus, seine Feinde, alle, 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 haben sich geirrt, weil es eben nicht mir so erschien, sondern ihnen erschien das so. Und Jesus selbst hat sie auch bestätigt und hat bis zum Ende, also eins der letzten Worte war, Vater, in deinem Geist übergebe ich, mein Geist übergebe ich in deine Hände. Wer hätte das sonst gesagt als Jesus? Wer hätte das sonst Gott als seinen Vater bezeichnet? Also bis zum Ende war klar, es war Jesus. Und dann frage ich mich, lieber Abdullah, warum täuschst du so? Und warum versuchst du hier Argumente zu bringen, die vollkommen unsinnig sind? Und behauptest du Dinge über den Koran, die so gar nicht drinstehen? Wer sagt denn, dass der Koran schon fertig war? Das ist mal das eine. Du hast behauptet, ja, der Koran war ja schon fertig offenbart. Sagst du, wer weiß, wie viel noch gekommen wäre? Mohammed hat selbst gesagt, ja, ich muss euch noch was aufschreiben. Ging zwar ein bisschen ein anderes Thema, aber wer sagt, dass er nicht noch auch Koran aufschreiben wollte? Das behauptest nur du, dass der Koran schon fertig war. Zweitens, warum muss Allah alles genauso machen, wie du denkst? Nicht sofort, darf nicht sofort, oder es muss sofort sein, es darf aber nicht mit Gift sein. Wer bist denn du, dass du Allah das vorschreibst? Aber, ja, du hast ja eine schlaue Idee, wie du die Leute versuchen kannst, hinter das Licht zu führen. Wer ist von uns der Täuscher? Und wer behauptet Sachen, die so nicht im Koran stehen? Allah Jibreel hat doch schon Wochen gebraucht, um die Worte Satans aus dem Koran zu tilgen. Überleg dir doch mal. Du behauptest, nein, nein, der hätte das sofort, der hätte den sofort getötet. Aber, weißt du, bei der anderen Situation, wo, wo, äh, Mohammed, Worte Satans als Koran rezitiert hat, hat er da sofort eingegriffen, wo er ganz offensichtlich das gemacht hat, dass er Worte, die er, ne, auch rezitiert hat, vom Satan, weil er selbst den Wunsch hatte. Also auch, das kam auch aus ihm und aus dem Satan, könnte man sagen. Auch das, eigentlich genau ein Beispiel, wo das passiert ist, wofür Mohammed dann laut Koran sterben musste. Ein konkretes Beispiel, wo das passiert ist, also wirklich, passt wie, wie, wie die Faust aufs Auge und hat Allah da sofort eingegriffen. Nein, das hat Wochen gebraucht, bis, äh, bis, äh, der Jibreel das da gerichtet hat. Oder Allah, wenn er angeblich dahinter steckt, hinter Jibreel. Also, ne, deine eigenen Quellen widerlegen, deine, deine irrige Argumentation. Wenn Gott Mohammed maximal demütigen wollte, stell dir das mal vor, stell dir mal vor, dass Gott wirklich will, so der, der, der Mohammed, der hat sich hier als falscher Prophet ausgegeben, oder als Prophet ausgegeben, ist aber ein falscher Prophet. Wie könnte Gott Mohammed maximal demütigen? Nummer eins. Genau so. Nämlich, dass er zum einen an zerrissener Aorta stirbt, weil das im Koran so vorhergesagt ist, dass es passiert, wenn er ein falscher Prophet ist. Zweitens, durch eine jüdische, er hasst Juden, dass er durch jüdische Hand stirbt. Zweitens, durch eine Frau, weil er auf Frauen so herabschaut. Und am besten, dann noch eine Frau, der er ins Gesicht gesagt hat, Allah wird mich schützen, vor dem, was du gerade gemacht hast mit dem Gift. Und dann, dass er nicht sofort stirbt, sondern dass er jahrelang unsagbare Qualen hat. Nachdem Mohammed eben das gesagt hat, das wird nie passieren. Also, es gibt, mir fällt, liebe Leute, frage nochmal an euch, fällt euch was ein, wie es erniedrigender und demütigender für Mohammed hätte sein können, als es, Entschuldigung, Entschuldigung, bin hier dagegen gestoßen, weil ich gerade einen Krampf im Bein gekriegt habe. Aha, das ist unangenehm, aber es ist eigentlich nicht das Thema heute. Sorry, ich muss mehr Sport machen. Also nochmal, erst mal in den Krampf reintreten, damit das wieder weg geht. Dann muss ich so versuchen, das Bein erst mal gestreckt lassen. Nochmal, zurück zum Thema. Fragt mal bitte, schreibt mal bitte, wie hätte es, wie, was hätte Allah, oder nicht Allah, sondern was hätte Gott, noch machen können, um Mohammed mehr zu demütigen, als dieser Tod, der Mohammed zugeschrieben wird. Ja, Magnesium, das wäre jetzt gut, aber habe ich leider nicht. Wir haben hier einen Vorschlag von Angel. Mohammed ist an dem vergifteten Schaf in Kaiba nicht sofort gestorben, aber er litt bis zum Schluss an der Vergiftung. Allah hat den falschen nicht bewahrt. Genau, den falschen Propheten nicht bewahrt. Aber das ist ja nicht meine Frage. Meine Frage war, wie hätte es denn noch okay, Erniedrigender wäre es, wenn Mohammed mit heruntergelassener Hose abgekratzt wäre. Okay, das muss ich zugeben. Wobei, nach einer Überlieferung, wisst ihr, was sein letzter Satz war? Also, leider, lieber Miguel, muss ich da sagen, laut dieser Überlieferung ist es mehr oder weniger sogar so gewesen. Ich muss pinkeln. Laut einer Überlieferung war sein letzter Satz, ich muss pinkeln. Also, im Prinzip ist schon fast die Hose runtergelassen. Nee, auf einer banalen Schale ausgerutscht, wäre nicht so erniedrigend, weil das eben nicht die Art ist, wie falsche Propheten hätten sterben sollen. Das mit der runtergelassene Hose muss ich zugeben, das wäre vielleicht noch erniedrigender. Aber bis auf das, wie gesagt, wenn man diesen letzten Satz noch kennt, muss ich sagen, ja, vielleicht war das sogar fast so, aber es ist schon maximal, maximal erniedrigend, würde ich dazu sagen. Wie soll, muss man weiterfragen, wie soll das die Hadithe widerlegen, dass Mohammed so gestorben ist, wie Allah es vorhergesagt hat? Also, alles, was du da sagst, alles, was du da sagst, das widerlegt doch nicht, dass Mohammed genauso gestorben sein soll. Oder, oder sagst du, sagst du in dem, was du hier sagst, zeigst du da irgendwas? Ja, es erscheint ja so, es erscheint ja so, du täuscht. Okay, aber widerlegt es die Hadithe, dass er an Aortaris gestorben ist? Du kommst nicht drumherum. Warum zitierst du einen unklaren Vers und versuchst ihn zu erklären? Darfst du gar nicht. Weißt du, dieser Vers, der wird, das sagen Muslime, die ein Muslime sagen, so drüber, die anderen so drüber, das ist einer der unklaren Verse offensichtlich, weil kein Mohammedaner sicher weiß, was es bedeutet, weil es da einfach verschiedene Auslegungen gibt. Ergo ist es einer der unklaren Verse und unklare Verse dürfen Muslime eigentlich gar nicht auslegen. Das ist eigentlich ein Übergriff auf Allah, weil Allah sagt, die Bedeutung kennt nur Allah. Und du hast entsprechend kein Recht, das auch nur zu versuchen zu erklären. Ich frage mich, warum du überhaupt diesen Kommentar schreibst, damit hast du Allah persönlich angegriffen, indem du versuchst zu erklären, was nur er weiß. Man könnte sogar sagen, vielleicht zählt das sogar unter Schirk, dass du dich damit auf seine Stufe stellen wolltest. Keine Ahnung. Jedenfalls nicht Klaus täuscht über Mohammed, sondern du täuscht über Mohammed und du kommst nicht ringsrum. Du kommst nicht ringsrum, dass Mohammed wie ein falscher Prophet gestorben ist, vorausgesagt im Koran und mit praktisch maximaler Demütigung für Mohammed. Du kommst dann nicht ringsrum. Aber das ist wirklich das eigentlich Erstaunliche. Erstaunlich ist es doch, dass diese Wahrheit Einzug in den Koran gehalten hat. Ich, ganz persönlich meine Meinung, ich vermute, dass er sich das eben ausgedacht hat und gesagt hat, ja gut, das kann ja eh nicht passieren oder passiert so selten oder was auch immer. Schreibe ich einfach rein oder sage einfach, ja, wenn ich ein falscher Prophet bin, dann werde ich so sterben. Und dass Gott Mohammed da, also der echte Gott Mohammed da beim Wort genommen hat, aber eben noch mehr als eins drauf gesetzt hat, dass er nicht nur diese Todesursache mit der Todesursache gezeigt hat, dass Mohammed ein falscher Prophet ist, sondern dass er ihn so erniedrigt und gedemütigt hat, wie man es nur konnte. Übrigens hätte ich noch mit reinschreiben können, auch dass er ohne Kinder stirbt, dass er ohne Söhne stirbt. Das hätte auch noch mit hier vielleicht reingehört. Nee, dass er das mit der Sure, also dass er noch was sagen wollte. Er hat gesagt, kann ich, ich will euch noch was schreiben, was soll ich, ich will euch noch quasi was aufschreiben, was übrigens zeigt, er konnte schreiben. Ich will euch noch was aufschreiben, dass euch hilft, ins Paradies zu kommen, mit dem ihr sicher ins Paradies kommen könnt. Also Mohammed wollte noch etwas schreiben, was die Muslime sicher ins Paradies bringt. Er wurde aber abgehalten, weil die so laut gestritten haben und hat dann nicht mehr geschrieben. Und die Muslime oder zum Beispiel, wie heißt er, Ibn Abbas hat es als großes Problem gesehen, dass er das nicht aufschreiben konnte. Ja, da beweist der wahre Gott Humor. Das ist das, was ich denke. Ja, Gottes Wahrheit, sein Licht durchdringt, die falsche Leere im Koran, die Finsternis muss weichen. Amen. Insbesondere, wenn man mal Bibel liest, liebe Muslime, lest mal Bibel und erkennt die Wahrheit. масlett und erkennt zu Untertitelung. BR 2018